Attacke! Attacke, Kollege, endlich können wir hier hin. Ich finde die Ausdauer geht einigermaßen. Oh, wir bauen Ausdauer wegen der Scharfschützen hier, oder? Hast du gelesen hier? Ja. Vorsicht. Okay, easy. Du blutest noch ein bisschen. Oder du bist blutverschmiert am Arm. Naja, ich habe meinen Arm gebleckt. Also meine sehr verehrten Damen und Herren, in diesem Gebäude hier auf der Erweiterung von Lighthouse gibt es einen Raum, der anlockt ist. Dafür braucht er einen bestimmten Key. Dieser Key nennt sich Konferenz Room Key. Den habe ich nämlich gerade in dieser Jackentasche hier gefunden, in der hier. Und da müsst ihr einmal gerade die Treppe hochgehen. Dafür braucht er den Key hier. Hier ist noch eine Küche. Hier hinten geht es nämlich weiter in die Ecke. Haben wir hier rum. Ihr habt den Rare Spawn für Military Cables und Co. Und hier braucht ihr den Key für. Das ist der Konferenzraum. Waffenkiste, Zigaretten, Fallkabinetts. Hier unten ist ein PC. Und hier ist ein Safe. Dafür brauchen wir auch noch einen Key wahrscheinlich. Und ich habe gerade noch einen Key gefunden. Was hast du denn? Labs Arsenal Story Drunkie. Ah, ja. Chat. Auf anderen Seite drüben. Hier ist auch ein Rare Spawn. Wenn du gleich rüberkommst, wirst du das sofort sehen. Ich habe dir den Coin auf dem Tisch liegen lassen, damit du das zeigen kannst. Ach, Leute. Stimmt. Hier. Krass. Dankeschön. Habe ich gar nicht gesehen, Leute. Guck mal hier. Ui. Da liegt ein Lackener Eser. Das ist schon mal auf jeden Fall richtig nice. Da ist sie. Gut, hier ist die Küche. Da war ja nichts Großartiges drin dazu, haben wir gesagt. Proster ist auch nichts drin. Nebenan war so eine kleine Lagerhalle oder was hier. Ja. Also hier ist schon viel zu looten, ne? Mhm. Ich komme mal rüber zu dir. Ja. Dann lauf mal links rum. Links rum. Erste Tür. Ja. Erste Tür rechts. Du bist da dran vorbeigelaufen. Das ist eine Tür da. Die da. Ja. So. Auch wieder Save. Oh. Oh. Hier. Veritas Coin. Locked. Da ist so ein kleiner Medical Raum. T. Oh. Hier liegt den ganzen. Ähm. C4. Hier liegt schon echt viel rum. Chat, ne? Ja, ich weiß. Großartiges kann es auch looten. Ich weiß. Ich weiß, Marcel. Waschmaschine. Gab es oben irgendwas Feines? Nö. Aber da ist noch einiges an Loot-Geschichten, ne? Waschmaschine. Also es lohnt sich auf jeden Fall da oben reinzulaufen. Waschmaschine. Ich bin einfach mal aufgelaufen und schau mir hier mal. Waschmaschine. Waschmaschine. Da liegt ein Advanced Tube rum. Mhm. Muzzle Brake. Da ist wieder eine Kiste. Duffel Back. Reach. Komme ich nicht rein. Hahaha. Weißt du noch was, was hier aussieht, Meister? Ja. Die Tür hier. Guck mal. Da sind diese Kultistenzeichen drauf. Nicht, dass das so ein Lootraum ist. Wie auf Reserve unten im Bunker. Ja. Das könnte natürlich sein. Ja. Wie so ein Scheißi-Hausi. Ach, hier geht es ja mal weiter. Ah, hier kommt man hinten wieder raus. Ah, hi. Hello. Hello. Wir sind Propan. Ja, ja. Und, äh, so ein, äh, Termit. Da ist eine Lagerhalle. Ah, krass. Das ist schon, äh, heftig. Hier ist der Möker letztens irgendwo gestorben, ne? Mit einer Mine, weißt du noch? Ja. Ich meine, die Mine ist erst der hier lang gelaufen und dann rechts irgendwo. Dann hat es Puff gemacht. Ich glaube, ich linksraum. Oh, ja, moin. Ich komme mal mit. Was sind hier im Military Gelände oder was? Hello. 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 Moin. Was da, was zu essen? Aha. Munition. Achso. Oh, jetzt. Safee, PC. Achso. Hier ist safe und PC. Oh, den kann man sogar ohne, äh, Schlüssel öffnen, Chat. Oh, das ist sehr nice. Da sind natürlich auch schöne Sachen drin. Google und so. . Boah, Leute. So, hier. hier ist ja bei mir auch ein military officer weißt du so wo so military spawn sein können cable und circuit boards und den ganzen kram kann ich mir vorstellen dass das bauen kann jetzt gerade ist ja nichts drin ist ein duffel bag herrnseher hier gucken wir hier bei mir links hier ist eine hose hier ist eine hose fall kabinett ganz viele bildschirme hier ist ein pc den kann man auch mal looten das ist aber ein geiler sound jetzt hier vom metall ja 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 ich kann auf jeden fall hier ist eine große waffen kiste ich komme runter hier ist eine große kiste außen hier war eine große kiste hier war eine kleine kiste noch jungen hier kannst du bei euch auch echt verlaufen hier ist eine jacke oder die ist schon ein brutal mies hier ist ein transformator raum kann man irgendwo strom aktivieren die kann man nur brechen habe ich keinen schlüssel vielleicht passt einer nope passt nicht kann das auch noch breach machen aber hier kann man auch gehen kann man ja ach so ach so bisschen schneide schneide ach so kann man hier bestimmt auch noch okay aha aha ja liegt ein bisschen krass rum einiges muzzle brakes stocks ja okay gut schon krass glaube ich nur das gefühl dass wir gleich explodieren ah ja passiert wir sind ja auch wir kommen ja wieder dann gehen wir mal hoch zu dem tower mal gucken ob der händler da ist nicht erschrecken okay ich glaube alles da Ich glaube, da kommt man nicht lang. Ich glaube, der Weg ist closed. Ach so, das ist auch egal. Ich bin über die Steine gegangen. Da explodiert man auch. Da liegen auch Minen auf den Stein. Ach so. Man soll da wohl gar nicht hingehen, glaube ich. Ich bin über die Steine gegangen.